Ja und somit ein recht herzliches Willkommen zu F1 2017 live aus Mexiko zum Qualifying. Jo, eine Runde bin ich gefahren, ich wollte jetzt keine zweite dranhängen, ich weiß ich bin da normalerweise schneller, aber das kostet hier doch ein bisschen Reifen und ich will da jetzt nicht allzu viel riskieren und wir sind gar nicht so schlecht dabei mit der Runde. Die beiden Mercedes hier, sehr stark muss man sagen, sehr stark. Vettel fehlt mir hier noch, Riccardo, uuuh, zwei, eineinhalb Zehntel hinter Kimi, wir haben das Auto wieder ein bisschen verbessert, sind da wieder reingerückt an die Konkurrenz. Aber Riccardo selber anscheinend noch, uuuh, ich werde jetzt die falschen Sachen jetzt für Riccardo zumindest abgetetet. Oder er ist fahrisch hier im Spiel nicht so top eingestuft. Ähm, ja egal, wir fahren eh nicht mehr raus, also mir reicht das. Nicht nur Reifen, sondern auch ressourcenmäßig tun wir da ein bisschen sparen. So, da haben wir jetzt Vettel auf die zwei, eine Zehntel hinter Hamilton. Das kann vorne wieder ein spannendes Rennen geben. Ja, und wir haben im Endeffekt hier nur Fünfter. Boah, ganz knapp hinter Kimi auch. Ai, 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 ai. Die beiden Schienen, wie auch in der Schlussphase, beim Grand Prix jetzt in China. Dann wieder mal die beiden Force Indias. Die haben sich da auch manifestiert. Und Alonso dann schon dahinter. Der ist dann in McLaren anscheinend sehr gut unterwegs. Der ist schon relativ brauchbar anscheinend. Aber was ist hier Alonso? 1,5. Den haben sie extrem gut eingestuft. Im Vergleich zu Riccardo, glaube ich. Da haben wir Van Dorn. 2,4. Ja, rund eine Sekunde ist aber Stoffel von Dorn bitte nicht langsam. Also das, Freunde, könnt ihr mir auch nicht erzählen. Ja, der nächste Saison kann ich mir durchaus vorstellen, mit McLaren wieder zu fahren. Was wir eh schon einmal gemacht haben und Alonso. Weil, auch wenn sie jetzt nicht berühmt sind, aber die Ausgangsposition ist nicht die allerschlechteste. Fürs nächste Jahr dann, F1 2018. Aber optisch, auch wieder mal die Force India, wo ich im Coop unterwegs bin, unterwegs gewesen bin, vor der Ferrari mit dem Mike. Die Force India, das gefallen mir irgendwie auch trotzdem. Obwohl es rosa ist, aber irgendwie das Design ganz nice. So, wir springen jetzt natürlich weiter. Ich will euch da nicht fest und vollquatschen. Sondern wir gehen ins Regen, ins Regen, ins Rennen rein. Hoffentlich kein Regen, nein. Prognose war nicht, ich habe nachgeschaut. Sollte trocken bleiben. Vorher muss ich noch meine Steuerelektronik austauschen. Die habe ich noch im Golli hier ausgequetscht. Da waren wir gleich bei 47%. So, dann springen wir schnell weiter. Zack, zack. Das schaut ganz gut aus. Soweit. 10 zu 30 gegen Botas. Ja, Botas wird heute wieder schwer werden. Mal schauen, wie das Rennen verläuft. So, hier unten. Den Teil muss ich noch austauschen. Da bin ich jetzt auf 48. Ich will nicht, dass man der im Rennen dann eventuell Probleme bereitet. Da bauen wir uns jetzt im Rennen auf jeden Fall das frische Teil ein. Mit dem soll er bis zum Ende der Saison eigentlich durchkommen. Ich schaue mal hier eigentlich aus. Der hat 1%. Ah, ein Turbolader. Den habe ich gerade jetzt neu eingebaut. Ein Turbolader, ja. Der sollte hoffentlich die letzten Rennen jetzt auch noch halten. So viele sind es ja nicht mehr. Wobei, ich weiß jetzt... Moment einmal. Bevor wir jetzt hier quatschen... Ah, doch noch. Naja, Moment. 3. Jetzt Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi. Plödsinn. Ich war noch nicht erster da drüben. Oder beziehungsweise am Podium. Deswegen ist es ein bisschen ausgegraut. Wir haben hier Japan 5. USA 4. Passt schon. Energiespeicher. 27%. Der könnte sich auch ausgehen. Vom Gefühl her. 1%. MGU. Hitze. Haben wir an neuem jetzt eingebaut. Das passt. 2%. MGU. K. Kinetisch. Passt auch. Und der Motor an sich bei 17%. Perfekt. Da sind wir auf einem guten Weg, Freunde. Das sollte doch passen. Für die letzten 3 Rennen. Na ja gut, dann schauen wir mal. Ja, wir springen hier weiter. Ihr wisst, sonst gibt es wieder 2-2-2. Darfst du das Video nicht zeigen. Ja, Hamilton verfettelt. Keiner mal hier eine Strafe. Sehr gut. Dann Botas und Kimi. Und da kommen schon wir hier knapp vor. Daniel Ricciardo. Dann die beiden Force Indias. Die müssen wir Gott sei Dank nicht allzu viel aufpassen hinter uns. Ich muss mehr auf meine Teamkollegen aufpassen. Aber erst dann müssen wir natürlich auch mal schauen, wie wir hier so durch die ersten Kurven kommen. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit zur Strecke zu schalten. Ja, ist natürlich alles möglich in der ersten Kurve. Entweder machen wir sogar ein, zwei Plätze gut unter Umständen. Vielleicht überholt uns aber auch Ricciardo irgendwie blöderweise. Und vielleicht sogar ein Force India. Es ist alles möglich. Hoffentlich schießt uns keiner ab. So, ich lasse es jetzt mal eingestellt. Letztens ist ja Ricciardo irgendwie auch so lange draußen geblieben. Das ist zwar einerseits gar nicht so blöd. Aber ich weiß nicht, ob der eben einfach, wenn ich jetzt eins raufgehe, einfach immer auch parallel mit mir eins mit raufgehe und nicht jetzt eins runtergehe und sagt, er kommt in die Runde 7 rein, wenn ich jetzt Runde 8 gehe. Ich könnte allerdings versuchen, Ricciardo, wenn die Theorie jetzt von mir so sein sollte, keine Sorge, wir springen gleich weiter, wenn ich jetzt auf Runde 6 gehe, ob er dann in die Runde 7 kommt. Ich komme doch sowieso aus der Runde 8 frühestens. wenn es der Reifen zulässt. Aber ich habe jetzt in dem Fall bei dem Grand Prix oder bei dem Volley fängt eh nur eine Runde drauf. Anstatt normalerweise immer zwei schnelle Runden im Volley. Aber hier auf der Strecke ist es doch auch gefühlt einen dicken Länger. Und ja, der Reifenverbrauch ist hier nicht so ohne. So, wir schauen mal 30 Kilo. Was wäre 26, 6 wäre Ding, okay. 29, 28, 5, ja. Oh, naja gut, ich muss sagen 30 Kilo muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Dass man vielleicht da am Anfang auch, je nachdem was die KI für Gewichte mitnimmt, aber vorausgesetzt, sie nehmen hier standardmäßig die 30 Kilo alle, dass wir vielleicht einen Hauch im Vorteil haben vom Gewicht her. Aber der Red Bull liegt an und für sich eh ganz gut. Aber das werden wir auch schon machen. Da können wir vielleicht die eine oder andere Runde nicht vielleicht auf Fett drehen. Aber das ist vielleicht dann am Ende des Grand Prix. Sehr kommt davon. Man kann es brauchen, man muss es aber nicht. Wie auch immer, wir fahren einfach mal los. Lenkrad, Setup, alles wieder tiptop jetzt eingestellt. Funktioniert wieder. Mike leider noch immer nicht erreicht. Beziehungsweise einen Termin gefunden fürs nächste Coop-Rennen. Da soll es dann bei mir auch hoffentlich. Da fahren wir in Ungarn. Sollten wir es irgendwann noch hinkriegen. Soll es bei mir auch halbwegs funktionieren. Dann würde ich sagen, viel Spaß Freunde. Fettgemisch. Kabelkupplung, los geht's. Ich gehe mal nach außen. Ich glaube, außen könnte man mehr Platz haben. Hamilton. Oioioioioioioioi. Bottas, da geht sich so dritt in die Kurve rein. Die Ferraris. Und jetzt kommt hier. Ja, Riccardo, bin befürchtet. Oh, und jetzt kommt auch der Vorsinn, der, was ich gesagt habe noch. Nein. Lass mich hier außen. Oh, das könnte sich ausgehen. Gott sei Dank. Oh, jetzt nicht drüber fahren. So, ich weiß nicht, ob wir da vorne Riccardo ausbremsen können. Dann bin ich einmal schon rings reingecrasht. Wisst ihr das noch? Ich glaube, in der vorigen Saison, oder war das? Na gut, da sind wir doch noch sechster Mal für die erste Runde. Halleluja. Das war eine Aufregung wieder. Oh, 1,2. Ah, jetzt weiß ich, ob ich mich unter mir eingeladen habe, weil wir da nicht so viel Plus haben an Benzin anscheinend. Weil ja die Runde länger ist. Okay, alles klar. Nein, da ist es noch zu weit weg hier. Das ist sinnvoll, ich glaube, Riccardo bleib, schau, dass wir dranbleiben. Wäre es, wir haben jetzt einen Mercedes-Motor da, gut dabei. Jetzt werden wir mal die einen oder anderen Runde nochmal schauen, ob was geht. Wenn nicht, werden wir leicht die Reifen schonen, dass wir dann aber dranbleiben, auf jeden Fall. Dass wir, wenn wir eben, wie gesagt, in der einen oder anderen Runde länger draußen bleiben. Wenn wir in der einen oder anderen Runde länger draußen bleiben, wenn wir wirklich länger draußen bleiben sollten, dass wir vielleicht dann mit Fettgemisch da den einen oder anderen Platz vielleicht gut machen. Zumindest gegen Riccardo können. Reifentechnik. Jetzt habe ich die Runde nicht runtergestellt, oder? Bei Riccardo, also bei mir. Geredet habe ich es noch, aber gemacht habe ich es nicht. Auf die Runde, was war es? Von 7 auf 6 runter. Naja, egal. Das ist das nächste Mal. Ah, schlecht von mir. Nur mal keine Fehler machen für mich. Das ist mir primär wichtig. Boah, schon wieder gäbe ich oft, da steht nur der Stroll und nicht irgendwer ein Ferrari. Vettel Vierter, ist Kim Erster anscheinend, oder wie? Das ist nicht schön, Achtung. Boah, Gott sei Dank, die KI ist aber alle hier gut vorbei. Sei es im Schneckentempo, da muss was gewesen sein hinten. Ich hoffe ja nur, das wäre es, ist auch vorbeigekommen. Okay, die KI ist hier beim Vorbeifahren doch jetzt gar nicht mehr so blöd. Wir bekommen einen TS, sehr nice. Kann man gar nicht, ob wir einen Zinspanne mit dem TS drin haben. Riccardo hier dran an Vettel und tankt der TS. Sehr schön, das gefällt mir. So soll es sein. Ich muss noch ein bisschen eine saubere Linie finden. Der ist gut dabei, guter Rennspeed bis jetzt. Wir ziehen eine alternativen Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie... Nö, danke. Ich will mich gar nicht ablenken lassen von dir, Jeff. Sorry, aber danke. Ui, 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 das war schon der Armer. Gib mir mit. Wir probieren sie jetzt mal. Vielleicht kommen wir dazu an, Riccardo. Aber wir stehen schon langsam in den Speed-Oran. Ah, da können wir nichts riskieren. Ah, ich glaube, ich nehme ein bisschen Schwung mit, aber... Was ist denn hinter uns los, hallo? Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Ich glaube, ich nehme ein bisschen Schwung mit hinter mir, aber... Nehmen wir nicht so. Franchant hinter mir. Wo ist Pérez hinter mir? Das gibt es ja nicht, oder? Da muss man in der kurzen Wiederholung reinschauen. Das kann nicht sein. Aber der versucht mich irgendwo zu überholen, wo es nicht ginge. Und ich habe es gar nicht gemerkt. Und als ich dann eindrehe, hat er irgendwas... Nein, oder? Oder hat er... Oder Pérez wieder mal einfach einen Defekt. Das kann auch sein. So, Riccardo. Aber jetzt bin ich schon langsam auf. In der Kurve riskiere ich nichts. Da bin ich schon mal in der Mauer hinten gewiesen. Aber du kommst ja wieder ran. Okay, alles... Alles in drüben Bereich. Ah, der war von mir scheiße. Aber wir kommen schon wieder ran. Kein Problem. Aber der war nicht gut. Ich wollte ein bisschen mehr Schwung mit reinnehmen, mit rausnehmen, aber... War nicht ganz okay. So, wir müssen uns sparen jetzt. Benzin auch. Das halten wir uns dann auf. Jetzt müssen wir sparen. Ah, da geht noch ein bisschen was. Da können wir noch ein bisschen aggressiver in der ersten. Ja, da haben wir vielleicht schon leichte Probleme. Ich weiß nicht. Oder muss ich jetzt auf dem Hager fahren? Was macht er? Was da im Bär ist passiert, so ausgefallen wäre. Ach, wenn ich so schnell rein hätte es wieder so ausgefallen wäre, hätte ich es nicht mitbekommen. Das ist ein bisschen aggressiver in den Körper drüber. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das denke ich mir. Reifen ist schon eigentlich okay aus. Da können wir locker noch draußen bleiben. Ich glaube, wenn es Richtung Boxenstopp geht, hier bei uns beim 25%-Rennen, so ein bisschen... Einein, eineinhalb, zwei Runden kurz vorher, würde ich ja immer ein bisschen langsamer. Weil, ob das reifenbedingt von innen ist, oder ob sie da auf Mager immer standardmäßig ein bisschen probieren zu fahren, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall werden sie da immer einen dicken Dachsamer, kurz vor den Boxenstopp. Wir stehen parat, kommt diese Runde rein. Das muss ich auch irgendwie ausnützen versuchen. Aber da riskieren wir jetzt nichts. Wir riskieren gar nichts. Wir sind ja, glaube ich, 18 Punkte. Und mit 18 Punkt Rückstatt auf P2. Da kommen schon die Ersten rein. Was ist mit... Ja, Ricardo bleibt natürlich draußen. Weil, das wir das nächste Mal testen, dass wir da 1 Uhr... Aha. Sehr schön. Noch einmal testen. Das ist sehr geil. Wenn, dann müssen wir jetzt ein bisschen unser Fettgemisch verbraten. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier... ein bisschen Gas geben können. Schön durchgekommen. Jawohl, jawohl, jawohl. Da haben wir ein bisschen innen was abgenommen. Also, Ricardo müsste laut meiner Rechnung dann jetzt eigentlich reinkommen. Na, fährt er wieder nicht. Er wartet anscheinend immer einfach auf mich. Ja, das ist natürlich das Problem. Irgendwie ziehe ich ihn zwar ein bisschen mit mit der Taktik, aber schnell ist das nicht jetzt gegen Pontus. Er ist jetzt aber an Pontus wieder rangekommen, witzigerweise. Oder? Der war auch dran. Dann braucht er so ein bisschen ein Rätsel an, oder? Dann ist Pontus wieder irgendeine andere Taktik gefahren, wie... Ricardo, oder keine Ahnung. Das Gefühl ist zwar noch gut, aber... Ich fahr trotzdem rein. Ricardo bleibt draußen. Ui, da hätte ich fast die Kupplung übersehen. Noch lecker mir. Ich glaube, es ist hier noch schön ausgegangen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das war unser letzter Boxenstopp. Reinkönne mal vorbei. Wo ist Hamilton? Da ist er. Mit Rot noch. Ja. Dann Pérez. Pérez. Ah, der hat... Nein, der fährt zwei Stops, weil er hat noch einmal Untersoft drauf. Der war schon in der Box, deswegen war er weg. Okay, da wollen wir nicht mehr nachschauen. Pérez fährt zwei Stops. Okay, schade. Schade, schade. Das haben sie noch immer... Das, glaube ich, schon seit 10 Jahren, seitdem es das Spiel gibt... ...und ich 25% Rennen fahre, wünsche ich mir, dass die KIs nicht zwei Stops machen. Jetzt so einfach aus Jux und Tollerei aus der Strategie heraus. Sondern, dass sie einfach den einen Stopp fahren. Zumindest, wenn die Strategie jetzt nicht schneller ist. Wie uns das ja auch gezeigt hat. Es kann nicht schneller sein. Bei 25%. Bei 100% ist es vielleicht etwas anderes. So, kann Bernie hier noch gegen Hamilton aufs Podium kommen. In Suzuka zum Beispiel haben wir... Ja, jetzt ist es in der Box. Haben wir das Phänomen ja gehabt, dass die KI nach der Box schon auf einmal irrsinnig schneller war. Da kommen wir dann schon in Hamilton nicht so schnell aus. Daniel ist an die Box gefahren. Daniel ist jetzt an der Box. So, auf Ende müssen wir jetzt das Fettgemisch raushauen. Wir versuchen jetzt an dem Mercedes vorbeizugehen. Ricardo fährt gerade raus. Der könnte aber an den Blüder schauen. Das war zu wenig. Der Mercedes-Benz Power von Hamilton. Da sind wir sogar mit Fett. Und der ist nicht reingekommen. So, jetzt bin ich hier leider auch etwas schlecht rausgekommen. Aber es heißt einmal dranbleiben. Und wäre es jetzt aus dem Rennen, somit ist dieses Thema auch erledigt. Die Force Indias immer wieder für einen Ausfall auch gut. Und ich befürchte irgendwie vom Gefühl her, später zu dem nächsten Rennen erwischt er auch wieder einen Ferrari. Vom Gefühl her. Jetzt hätte es sich wieder halbwegs eingependelt. WM-technisch und alles. Letztens aber, ja gut, hat auch Bottas Probleme gehabt. Muss ich auch dazu sagen. Hamilton sammelt da solide seine Punkte. Ah, ob der nicht. Angesagt, er hat es nix. Fahren wir schon grenzwertig. Innen. Überruf es doch einmal mit DS und Fett. Jetzt schaut es besser aus, Freunde. Jetzt schaut es besser aus. Obwohl ich eine bescheiden Linie wieder gerade erwischt habe, sind wir doch gut dabei. Kimi ist für uns allerdings jetzt grundsätzlich einmal zu weit weg. Ah, wo fahre ich denn hin? Wird natürlich ein bisschen zu viel gewollt, aber nichts passiert. Boah. Der rote Reifen schon. Nein, das ist eh frisch. Der rote Reifen, der mir nicht gefällt, oder was? Auf einmal. Müssen wir einen Ticken wieder zurückstecken. Aber Himmel kommt bei uns nicht wieder irgendwie. Keine Ahnung. So, den letzten Tropfen Benzin sparen wir uns nur auf. Ja, dann haben wir uns nur auf. Nur mehr Brasilien und Abu Dhabi. Und da sind wir der Saison auch schon wieder durch. Im Vergleich zum Puh läuft das jetzt wieder relativ gut bei mir. Gott sei Dank. Mit dem neuen Lenkrad und alles. Macht's wieder Spaß. Könnt's euch wieder auf mehr Formel 1 freuen. Stand aktuell heute natürlich. Speziell wenn die anderen, wenn die Formel 1 rennen. Aktuell auch gerade wieder am Laufen sind und live gefahren wird, bekomme ich und habe ich dann zusätzlich Motivation erhält. Bleibt aber dran. Jetzt hat er sich wieder ein bisschen gefangen. Da müssen wir aufpassen. Nichts, dass der da irgendwo noch einmal vorschießt. Seine Mercedes Motor und der S und alles. Fangen wir aber auch schön drüber. Das passt. Einfach nur schauen wir gegen Hamilton P2 hier schön ab. Schön machen. Ich glaube Hamilton ist sogar, ist Hamilton nicht der WM erster wie ein zweiter? Das wäre natürlich extrem geil. Ich fahre immer schon raus. Das ist auch so eine Stelle. Ein paar Runden sind es aber noch. Jetzt haben wir den roten Reifen hier ein bisschen. Ja, jetzt haben wir da auch den Speed glaube ich drauf. Wir reagieren ein bisschen anders. Von dem Gefühl her. Ja, es wird da noch ein bisschen mehr aufreden. Da kann ich auch noch ein bisschen später glaube ich. Hui. Ja, da haben wir uns einen links glaube ich, eine Finne oder abgeschlagen. Aber dafür schnell ist der Untergrund von uns. Ist aber nicht alles grün noch. Also ich glaube, das hat so gut wie gar keine Auswirkung. Aber was zum Auffassen. Also schon langsam haben wir das Feeling drin hier von der Strecke. Ich bräuchte einfach nur viel mehr Trainingsrunden, bis man das komplett in- und auswendig alles hat. Also hier, wie gesagt, ein dicken Langsamer, wenn ich mal rausgehe, dann bin ich vom Gefühl her immer zu langsam unterwegs. Ein paar Informationen zu Potas. Wer wird langsamer? Potas wird schon wieder langsamer. Das gibt es ja nicht. Jetzt hat ein bisschen Potas die Seuche am Fuß oder wie. Das schaut fast so aus. Boah, wir haben wieder eine ganz schlechte. Boah, die hier erwischt. Ei, 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 ei. Ich glaube, der Alten- und Fahrnetz für die letzten paar Rundenfreude. Danach können wir plaudern und soviel verholen. So, los geht's. Ja, vielleicht sehe ich es hier nur langsamer. Aber hier mitten, sollte ich auch am Kämmer plaudern. Kommt nicht so gut ran. Sehr gut. Etwa drei, kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, leicht lupfen muss man. Ich wollte es einmal voll probieren. Zweite Variante. Ja, auch ein bisschen aggressiver rein gleich. Ja, Hamilton ist aber noch da, Freunde. Hamilton ist noch da. Irgendwie habe ich noch immer zu wenig Speed gerade. Zwei Routen noch. Hamilton kann aber auch nicht allzu viel mehr zulegen anscheinend. Jetzt haben wir den Gluffen ein bisschen. Ja, dann schaut das ganz schön ein bisschen besser aus. Hamilton hat gar nicht vorher überholt. Die letzte Runde des Rennens. Hät man da will, Rückstand aufholen, würde man jetzt nicht mehr fehlen. Also um den Bozzestopp herum ist er vielleicht auf dem Ager gefahren. Ich weiß nicht. Jetzt hat er wieder halbwegs die Speed gefunden. Allzu schnell ist er zwar auch noch nicht, aber... Hörde, verschreiben wir es noch nicht. Endlich einmal ohne Fehler in dem Sinne, dass wir irgendwo zurückspulen mussten. In Singapur hat es ja noch gar nicht gefasst, zum Beispiel. Aber das Doppelbrief an sich auch schon schwierig genug. Ja, Gratulation an Kimi. Ich bin so schockt, wie der Tank ist leer. Jeff, der Tank ist nicht leer. Wir haben noch ein bisschen was drin. Ja, hier könnte man, ja, hätte ich können schon die ganze Zeit ein bisschen aggressiver rein, aber schön hinten die grün-blau-rot-flitter. Gratulation an den Sieger Kimi Reiköhnen. Gratulation an Birdiebaum. P2. In der Boxenstopp-Phase gut gefahren. Auf P2 sogar gekommen. Gratulation an Hamilton für P3. Botas wieder mit technischen Problemen. Okay, der hat dann... Ja, gut, den einen oder anderen technischen Fehler bei Ferrari. Okay, aber jetzt mittlerweile haben sie sich wieder gefangen anscheinend. Also vielleicht hat es sich doch wieder einigermaßen eingebändelt. Aber man muss um Runde, für Runde, für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst... Aber Kimi sehr schnell, ja, wenn er hier nicht taktisch eingebremst wird, wie in den echten Rennen. Vettel noch Vierter ohne Podium. Das war ein unglaublicher Grand Prix. Und hier kommen nun unsere Töne... Gratulation wiederum an Kimi, dem verkündigst du natürlich. Den Iceman. Schon oft genug war ausgefallen hier. Maurizio auch glücklich. Sehr schön. Das wünsche ich mir auch für MotoGP-Freunde. Ein Podium. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste. Das kann ja nicht so schwer sein, oder? Das war der beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Heute kann das nur Roman Grosjean sein. Heute ist er für mich in einer anderen Liga gefahren. Wirklich beeindruckend. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Roman Grosjean auf der 7, ja, Ocon 8er, Grosjean im Haas. Eine taktische Meisterleistung von 12 auf 7 anscheinend. Magnussen auch. Masse noch den letzten Punkt abgekratzt und mitgenommen. Und Hüggenberg von 10 gestartet mit Renault enttäuschend auf der 11. Wo ist Alonso? Der ist ja gut in Qualiwa. Hat er vielleicht doch ein technisches Problem gehabt? Da ist er. Von 9 auf 17. Zwei Stopps. Also wenn das taktisch war, dann war es taktisch. Falls von Alonso aus er hat in der ersten Runde vielleicht irgendein Problem gehabt. Sehr gut. Gratulation an Kimi. Dann wir. Dann Hamilton Vettel. Riccardo noch. Bota ist doch noch auf 6 reingekommen. Da hat er noch ein leichtes technisches Problem gehabt. Riccardo nimmt dafür 10 Punkte mit. Sehr schön. Ich nehme euch noch kurz mit, bevor wir dann in die WM-Wertung reingehen. Sorry, das habe ich letztes Mal komplett vergessen. Ich glaube, dass ich euch das zeige. Will ich hier versuchen... Will ich hier versuchen vielleicht... Kurz ein Thumbnail. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Vettel, da war er sogar erster hier. Wir gehen da nur ganz kurz rein, dass wir hier vielleicht ein cooles... Ich gehe hier nach außen. Das ist, glaube ich, da gegen die KI gar nicht so schlecht. Der Mike wäre da wieder ganz innen gewesen wahrscheinlich. Aber da wäre es hier ganz eng geworden. Ja, da haben wir im Prinzip das Beste noch rausgeholt. Da haben wir im Prinzip noch das Beste rausgeholt. Mal ganz hinten in der Aufpassung auf dem Frontflügel. Dann hier gegen Cecho, Pérez. Außen. Da wollte er unbedingt. Gott sei Dank haben wir so durchgesetzt. Hier jetzt dann, glaube ich. Und hier haben wir gar nicht mitbekommen. Vettel auf einmal zurückgefahren. Der war ja da irgendwie kurz vor Kurve 1 noch erster. Ja, so schlecht. Und so kann es einfach laufen. In den ersten paar Kurven. Und jetzt sind wir hier schon dran an Riccardo. Und haben es, glaube ich, hier versucht. Noch mal ein kleines Thumbnail. Wir sind aber hier rausgerutscht. Da ist er hinten noch mal durchgekommen. Thumbnail? Nein, das ist zu tief. Dann haben wir noch ein paar Runden gebraucht. Und dann haben wir aber Riccardo irgendwann eh wieder überholt. Aber nein, nein. Da sind wir jetzt einmal die nächsten paar Runden hinter ihm gefahren. Dann Boxenstopp-Phase. Da ist er, glaube ich, dann langsamer geworden. Vettel funkt da schon, oder wie? Oh, da sitzt extrem tief hier, Vettel. Da haben wir es versucht. Nein, da war es noch nicht. Und schauen, dass wir es noch nicht so weit weg ist, das Auto. Jo. Das nochmal kurz. Highlight von der ersten Runde. Wunderbar. Ja, wir gehen mal auf Weiter und schauen uns jetzt den WM-Stand an. Der sollte hoffentlich jetzt kommen, oder? Oder habe ich jetzt irgendwas verpasst? Das letzte Mal, den zeigen sie mir gar nicht. Ernsthaft? Ich meine, ich kann mir das da drinnen zwar anschauen, aber... Ach so, dann war das das letzte Mal auch nicht. Ich dachte schon, ich bin da... Ich habe das irgendwie übersprungen, oder so. So, jetzt sind wir einem Punkt sogar vor Bottas. Aufgrund seiner Probleme auch. Sehr schön. Zwei Grand Prix's noch. Die werden wir demnächst hinbekommen. Ich glaube, am Mittwoch sollte ich wieder Zeit haben zum Fahren. Und am Freitag glaube ich sogar auch. Also könnte man sogar diese Woche jetzt dann, oder nächste Woche, fertig bekommen, diese Saison hier mit dem Red Bull. Und dann schauen, ob wir bei Red Bull höchstwahrscheinlich bleiben. Oder ob wir von Ferrari oder Mercedes ein Angebot bekommen. Und da müssen wir es sich überlegen. Aber wappen wir die letzten zwei Rennen jetzt ab. Ich bin mir jetzt doch trotzdem nicht sicher, wie der Speed jetzt von Riccardo. Aber er war im Rennen gar nicht so schlecht. Ist da, glaube ich, eh dran geblieben. Schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen. Da sitzt er wieder. Den Riccardo, der Gratulation in echt natürlich. Den Grand Prix von China gewonnen hat. Mit einer sehr guten, aber sie haben auch nichts zu verlieren. Und außerdem ist es bei ihnen gerade sich so ausgegangen, dass sie reinkommen, eben frische Reifen zu holen. In der Safety Car Phase. Das ist halt gerade dort für sie wieder relativ glücklich verlaufen. So, wir schauen uns den WM-Stand an. Wo war das noch einmal? Nein, Rangeliste brauchen wir keine. Da sind wir daheim. Die F-Tasten, das ist ja auch so mühsam. Ja, wir sind 15 Punkte hinter him. Ja, da haben wir jetzt nicht viel gut gemacht, weil... Ja, 3 Punkte. Ich glaube, 18 war ich hinter ihm vorher. Aber Moment, zweiter habe ich nicht 20 und er 18 Punkte? Das dürfte ja noch 2 sein, oder? Oder verzähle ich mich da jetzt irgendwo? Egal, wir sind auf jeden Fall noch 15 Punkte hinten. Und Kimi! Ja, Wahnsinn! Also, der wäre definitiv um die WM dabei. Hätte er zumindest einen Ausfall weniger, wäre er mit uns zwei vorne, oder auf jeden Fall mit Hamilton gleich auf. Er wäre so zwischen uns drinnen, glaube ich. Also, zwischen mir und Hamilton wäre Kimi auf jeden Fall dabei, wenn wir ihm jetzt so einen 20. oder... Also, am 20. einen 2. oder 3. Platz geben würden, mit einem Sieg mehr. Wäre er schon gleich auf mit Hamilton. Botas jetzt zweimal Probleme. Das hat ihm einige Punkte gekostet. Vettel performt er auch nicht so gut. Ja, die Probleme kosten natürlich auch Punkte. Gut, er ist jetzt... Natürlich jetzt eh von Botas und auch von Kimi eh nicht so weit weg. Aber das heute hat ihm leider auch wieder gekostet. Gutes Qualle und dann ist er irgendwie... Den haben wir jetzt gar nicht auf dem Video gesehen in der Wiederholung. Da ist er irgendwie nicht so durchgeschlüpft. Dann ist er im Endeffekt auf P4 gelandet, da nach den ersten Kurven. Obwohl er erster sein hätte müssen und können gleichzeitig. So läuft es hier nun wieder. Ja, die Vos India sind trotzdem hier auf 7 und 8. Trotz der Probleme. Die Haas kommen jetzt immer mehr auf. Creuchon haben wir hier. Kev. Auf der 12. Magnussen. Joa. Also von Platz 3 bis 5 in den... Oder von... Ja. Ist da noch alles drin. Für uns auch noch nach hinten. So wie auch nach vorne in den letzten zwei Compris. Das ist natürlich sehr spannend. Ähm... Von den KIs. Also wenn Hamilton nicht komplett ausfällt... Kann nur mehr ich ihn maximal abfangen. Aber das mit 15 Punkten Rückschnitt in zwei Rennen. Da muss ich erst einmal auch... Auf jeden Fall einmal vor ihm sein. Und viele Punkte mitnehmen und machen. Das wird schwierig. Und wenn nicht... Ja, dann müssen wir das nächste Jahr noch einmal probieren anzugreifen. Und Riccardo hoffentlich... Dass er da mitfährt. Um... Ja... 4, 5... 3, 4, 5 zumindest. Und vielleicht gegen Ende der Saison... Wenn man noch mehr das Auto pushen... Dann vielleicht sogar... Dann um Siege mitfährt sogar. So wie wir es letztens auch... Mit Alonso schon wollten. Das war aber glaube ich... Schon vor zwei Saisonen, oder? Beim FNZ 2... 15, oder? Weil dieses Jahr sind wir nicht mit McLaren gefahren. Nein, das habe ich mir nicht angetan mit Honda Motor. Da sind wir mit Renault und Hückenberg gefahren. Ich glaube, vor zwei Saisonen haben wir das probiert. Ja, da war ja... Da war ja das... Die Karriere noch ein bisschen anders. Da ist das Ganze ja ein bisschen schneller gegangen. Dass wir das Team hochbringen... Das war ja nicht mehr... Das war ja noch nicht so komplex. Da waren wir da mit Alonso im Endeffekt auch schon ganz gut dabei. Das Alonso-Projekt wäre für das 2018er sicherlich auch wieder... Eine Möglichkeit, dass Alonso wieder vorne mit seinem McLaren mit dabei ist. Dass wir den vorne nach vorne bringen. Das muss ich mir wieder gut überlegen. Hückenberg im Renault wieder rum. Ja, wäre... Auch wieder nice. Aber ich glaube, momentan... Ja, vor das India wäre natürlich auch geil. Aber mit Alonso im McLaren als Teamkollege... Da muss ich sagen, ich hoffe natürlich... Wenn wir in der Karriere drin sind, dass wir da... Nicht Alonso rauskillen und mit Van Torn dann fahren. Das hoffe ich ja doch nicht. Aber das wäre wieder eine Challenge mit McLaren... Beim 2.18er mit Alonso wieder nach vorne zu kommen. Ja, da haben wir zumindest noch eine bisschen bessere Ausgangsposition. Weil mit dem Renault-Motor... Ja, da müssen wir sich auch ein bisschen was tun, dass wir vorne dabei sind. Chassis-mäßig... Ich weiß nicht, wie sie es dann einstufen. Momentan schaut es nicht ganz so geil aus. Im Vergleich zu Ritbull... Ist der McLaren jetzt... Überraschenderweise doch relativ weit abgeschlagen. Sicher haben sie den Renault-Motor neu drin. Aber... Berühmt ist es nicht, was die da performen. Aber gut... Trotzdem sage ich jetzt einmal... Kommt zum Schluss. Danke fürs Zuschauen. Das war F1 2017. Wir sehen uns dann noch bei den letzten Grand Prix. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Eingeladen seid ihr natürlich wieder recht herzlich. Und ja... Dann sehen wir uns in Brasilien wieder. Wenn ich jetzt nicht... Ja, in Brasilien, in der Lagos... Und dann noch in Abu Dhabi. Ich hoffe, das geht sich alles jetzt die nächste Woche aus. Dass wir dann abschließen können. Dann kommen wir in die Vertragsverhandlungen. Und... Ja, dann schauen wir, ob wir bleiben. Oder ob es uns mal anders hinverschlägt. Zu einem... Maximal, ja. Also so viel kann man verraten. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt dann nur Ferrari oder Mercedes. Sollten wir dann ein Angebot bekommen. Aber ich glaube... Ich will es dann nächstes Jahr... Jetzt, wo wir Ritbull schon ein bisschen nach vorne gepusht haben wieder. Gut, die fahren ja so weiter. Also da würde ja Verstappen und Riccardo da weitermachen. Und auf dem Niveau... Von dem her... Ja, wäre es durchaus auch interessant. Aber... Momentan erstaunt werde ich wohl bei Ritbull noch eine Saison jetzt dann weiterfahren. Je nachdem, wie viel wir insgesamt noch fahren, kommt dann darauf an... Ja, wie viele Saisonen wir noch schaffen, bis das nächste Formel 1 dann kommt. Ich glaube immer erst im September herum oder so. Also da hätten wir dann noch genug Saisonenzeit zum Fahren. Wunderbar. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Das war es jetzt wirklich... Ich weiß, ich plaudere immer so lange. Aber gut, wer noch in Cabrian sehen will, der kann ja dann eh immer abdrehen danach. Und ja... Dann schauen wir, was noch passiert. Brasilien... Abu Dhabi... Es geht gegen Himmelden. 15 Punkte Rückstand. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.